Weidmüller ist führender Hersteller von elektronischen Verbindungselementen und hier im Ausbildungsbetrieb haben wir im Moment hier in Deutschland um die 150 Auszubildende in 11 verschiedenen Berufen. Ich denke, dass es ein Bonus ist, ein duales Studium zu machen, da man schon während des Studiums ganz viel Prazerfahrung sammeln kann und wenn man dann später in den Beruf einsteigen möchte, dann kennt man schon ein Unternehmen, man kennt schon die ganzen Prozesse und Abläufe und die Produkte und Projekte und ich glaube, dass es einem so einfacher fällt, das studentische Wissen gleich in die Arbeitswelt hineinzunehmen und direkt loszustarten. Das Besondere am dualen Studium ist natürlich A, man bekommt Geld, das ist dann sehr schön und B, man hat den Praxisbezug. Also ich war halt unabhängig von meinen Eltern, das ist der monetäre Faktor und B, man weiß auch wirklich, was man nachher macht. Wir bieten vier verschiedene Modelle an im dualen Studium. Im Moment ist es auf der technischen Seite der Beruf des Mechatronikers mit der Kombination einmal Hochschule OBL zusammen. Und das zweite Modell im technischen Bereich ist der Wirtschaftsingenieur. Der machen wir in Kooperation mit der Universität Paderborn zusammen. Dort werden die Berufe auch Mechatroniker hier ausgebildet und an der Universität dann der Wirtschaftsingenieur mit dem technischen Schwerpunkt. Ich denke, dass duale Studenten auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt sind, denn sie haben bereits das Wissen, das praktische Wissen durch die Ausbildung erlangt, haben aber auch gleichzeitig ein tiefes theoretisches Wissen, um Wissen dieses auch perfekt zu kombinieren. Wenn wir duale Studenten haben, dass wir sehen, welche Stärken und Schwächen haben die, ist jetzt einer mehr für den Bereich Entwicklung geeignet oder mehr fürs Produktmanagement oder für die Fertigungsplanung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017